Vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich... Und dieses Album jetzt, das war für mich ein wahrer Gewinn. Ich habe mit meiner Familie und mit meinen Fans den Little Monsters weltweit daran gearbeitet, damit gewonnen. Ich danke ganz, ganz herzlich. Ich möchte noch eines sagen. Zur Verleihung des...